hallo meine lieben so heute habe ich mal wieder ein video für euch und zwar mit dieser beton effekt paste von viva decor ist eine super tolle paste die auf jeden untergrund auftragen könnt wenn es nicht saugend ist dann gibt erstmal kurzen anstrich drüber so ein ganz dünnen so als haftgrund und dann könnt ihr drüber spachteln oder drüber streichen dann hält es auch sehr gut ich hatte hier so ein schönes altes tischchen und habe mir den jetzt so wunderbar hergerichtet und das hat jetzt eine tolle optik ich jetzt gerade mal noch ein bisschen an schaut mal wie toll das aussieht und das ist jetzt so ein richtig schönes designer stück und wie ihr so etwas herstellen könnt das zeige ich euch jetzt das ist jetzt das tischchen das ich bearbeiten möchte da stand mein blumentopf drauf deswegen ist er nicht mehr so schön und ich dachte mir den mache ich mir jetzt mal mit dieser beton effekt paste damit ist diesen beton charakter bekommt dazu bitte erstmal alles schön staub und fett frei machen das ist ganz wichtig damit er diese paste auch gut hält wenn ihr einen untergrund habt der nicht saugend ist dann gibt dem ganzen zuerst einen so ganz leichten anstrich mit dieser paste und dann könnt ihr loslegen ich werde jetzt erstmal spachteln und dazu nehme ich mir diese natürlich einen spachtel und die effekt paste die beton effekt paste die einmal gut umrühren so und jetzt kann es losgehen ihr nehmt euch die paste und tragt die einfach schön dünn auf auf euren gegenstand egal was ihr macht oder was ihr nehmt könnt ihr dann schön dünn auf spachteln so dass der untergrund natürlich nicht mehr sichtbar ist das ist wichtig und ob ihr das jetzt ganz glatt macht oder mit struktur das bleibt euch überlassen denn später durch diese dunkel helleffekte die noch durch die lasur entstehen da bekommt das ganze ja dann erst den richtigen beton charakter so ihr könnt das ganze natürlich jetzt noch so ein bisschen glatt streichen und lasst es dann erstmal gut durch trocknen also ich habe jetzt ein bisschen dickere schicht ich würde das ganze jetzt mal so zwei drei stunden stehen lassen zum trocknen und dann arbeiten wir weiter zu den äußeren rand den streiche ich jetzt mit dem pinsel ein das geht etwas einfacher als mit dem spachtel nachdem die paste schön abgeschliffen wurde also ist die richtig schön glatt natürlich sind immer so ein bisschen unebenheiten da aber die sollen ja auch sein damit dieser charakter dann auch schön hervorgehoben wird jetzt haben wir dann noch eine beton lasur in dunkel und in hell die dunkle lasur wird jetzt mal komplett aufgetragen und zwar einfach diese lasur auf ein schwämmchen geben das macht doch nichts wenn es mal runter tropft so und jetzt einfach mal richtig schön verreiben so die lasur ist jetzt dafür da dass diese vertiefungen etwas dunkler werden damit eben dieser beton charakter richtig schön herausgehoben wird schaut mal wie toll das jetzt aussieht dieser tolle beton effekt da könnte so ein bisschen spielerisch den effekt mit hell und dunkel noch machen so wie ihr das gerne mögt wie es euch gefällt ob heller ob dunkler oder schön gemischt ich mag es jetzt so sehr gerne so gefällt es mir gut und übrigens die farbe ist auch wetterfest das heißt dieses tischchen könnte sogar draußen stehen und ihr könnt somit mit dieser farbe alles bearbeiten was ihr möchte zum beispiel auch schöne styropor kugeln styroportiere es gibt ja tolle sachen aus styropor die ihr dann in den garten stellen könnt und probiert es einfach mal aus es macht spaß sieht klasse aus ist ganz top aktuell und ihr könnt jetzt aus alten gegenständen solche tolle designer stücke herstellen mein tischchen ist fertig und jetzt kann ich den wieder ins wohnzimmer stellen und den blumentopf drauf stellen der auch vorher drauf war nur vorher sah natürlich der tisch nicht so toll aus das finde ich jetzt super super schön ist ein absolutes einzelstück und diese effekte macht einfach mal auf jeden untergrund den ihr gerade möchtet ihr werdet sehen ihr habt da ganz ganz tolle einzelstücke die richtig was hergeben wünsche ich ganz viel spaß wenn ihr das ausprobiert und sagt mir doch wie ihr damit zurecht gekommen seid und wie es euch gefallen hat lasst mir einen kommentar und ich freue mich natürlich immer darüber wenn ich eine reaktion von euch bekomme teilt meine videos gebt sie weiter und bis bald ciao und bis bald